Letztes meinte Nechaya, ich sei ein Held. Ja, gelobt, Bruder. Bruder, wieso lachst du? Ich bin wirklich ein Held. Ja, Bruder, alles gut. Du bist richtig Held und so. Bruder, lach nicht. Ich kann richtig gut Weiber klären. Dann klär dir mal, Bruder. Ja, Bruder, mach. Komm, klär dir. Bruder, soll ich? Ja, Bruder, mach. Bist du dir sicher? Ja, Bruder. Der wird uns blamieren. Ey, du süße Maus. Meinst du mich? Ja, du. Soll ich hin? Ja, geh. Komm mal her. Guck mal, ich hab dich gesehen und ich hab direkt Diabetes bekommen. Wie viele Kilometer bist du gelaufen? Ich bin doch kein Auto. Wenn du ein Auto wärst, wärst du ein schöner Auto. Ich hätt dich jeden Tag getankt. Ah, ja, Benzin ist teuer, hab ich gehört. Ich kann dir gerne meine Nummer geben. So, eigentlich hab ich keine Interesse oder sonst irgendwas an dir. Also, kann's gehen. Alter. Alter. Ja, boi, leise. Bruder, das war hart und so, ne? Guck mal, Jungs. Es gibt einfach viel zu viele Frauen. Ihr müsst lernen, fünf, sechs Stück gleichzeitig zufriedenstellen. Guck mal, Bruder, du übertreibst schon wieder. Jungs, 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 Jungs. Ich hab gerade was mit sechs Weiber am Laufen. Ja, ja. Nein, Bruder. Guck mal, das ist schon ekelhaft. Das ist betrügen. Geht nicht. Nein, Bruder. Deine Meinung. Ich stelle nur die Frauen in unsere... Menschen, Kontinent, Gesellschaft. Ja, genau, Gesellschaft einfach zufrieden, Bruder. Jungs, wir können alles machen, was wir wollen. Ach, Mann, sei leise. Wir können sogar trosten pissen und niemand würde was sagen. So, Jungs, ich hau da mal ab. Bleib. Bleib. Puss auf die Schauf.